Liebe Leute, ich begrüße euch im Wintersemester 2022-2023, die meisten von euch wahrscheinlich auch an der TU Dresden. Und vor allen Dingen begrüße ich euch ganz herzlich zum Tutorium zur Einführung in die germanistische Linguistik und Sprachgeschichte. Es ist jetzt reichlich noch eine Woche hin, bis wir uns das erste Mal persönlich sehen. Deshalb melde ich mich auf diesem Weg schon einmal mit ein paar ganz kleinen, aber glaube ich dann noch wichtigen organisatorischen Vorbemerkungen. Zuallererst Bezug nimmt auf die Frage, was soll das überhaupt mit diesem Tutorat, was machen wir da? Wir werden den Stoff des Einführungskurses festigen, wir werden ihn praktisch anwenden und dazu vor allen Dingen klausurnah üben. Das Tutorium ist deshalb auch Teil, laut Studienordnung, dieses Moduls Einführung in die germanistische Sprachwissenschaft. Das heißt, auch wenn wir hier keinen neuen Stoff vermitteln oder diskutieren, ist der Besuch trotzdem elementar für die Klausurvorbereitung. Das heißt, ihr kommt mit dem Wissen aus der Vorlesung und dem Einführungskurs ins Tutorium. Wir klären hier offene Fragen, können gerne auch über einzelne Aspekte diskutieren, dafür bin ich immer offen. Und werden das Ganze dann vor allen Dingen anhand von Anwendungsaufgaben üben. Nun habt ihr euch ja bereits eingeschrieben für einen Tutoriumstermin. Ich biete in diesem Semester zwei Tutorrate an. Das eine findet statt am Dienstag in der zweiten Doppelstunde, das heißt 9.20 Uhr bis 10.50 Uhr. Da sind wir im Zentrum für integrierte Naturstofftechnik. Ich zeige das gleich. Das ist der höchste Punkt des Dresdner Campus. Also um die Bedeutung der Geisteswissenschaften hervorzuheben, hat uns die operative Raumvergabe da einen Raum ganz weit oben gegeben. Der andere Kurs findet statt am Mittwoch in der fünften Doppelstunde, 14.50 bis 16.20 Uhr. Da sind wir in der August-Bebelstraße. Wir beginnen wie gesagt in der dritten Semesterwoche, das heißt am 25. Oktober im Dienstagskurs, am 26. Oktober im Mittwochskurs. Jetzt ist es ja so, ich biete wie gesagt zwei Kurse an und es ist grundsätzlich auch mal möglich, wenn ihr im Dienstagskurs eingeschrieben seid, aber am Dienstag partout nicht könnt, am Mittwochstermin teilzunehmen. Das geht für einzelne Sitzungen schon mal, aber es kann passieren, dass ab einem gewissen Termin im voranschreitenden Semester diese Kursen nicht mehr parallel liegen. Ja, es gibt keinen festen Plan bei mir, der dann lautet am 25. Oktober machen wir das Thema, am 1. November das Thema, am 8. November das Thema. Sondern ich versuche das möglichst individuell auf die Bedürfnisse, die aus dem Kurs, also von euch kommen, abzustimmen. Das heißt, es kann dann durchaus sein, dass wir im einen Kurs schneller sind, im anderen Kurs langsamer sind. Also grundsätzlich sollte schon der Kurs, in dem ihr eingeschrieben seid, für euch auch derjenige sein, den ihr über das Semester besucht. Ich habe gerade schon gesagt, die Lage der Räume, das ist etwas herausfordernd. Wir fangen mal an mit dem Raum des Mittwochstutoriums, der liegt in der August-Bibelstraße. Ihr habt da grundsätzlich zwei Möglichkeiten hinzukommen. Nämlich ist das dieses etwas versteckt liegende Gebäude, das man ohne Suchen und vielleicht etwas Insiderwissen nicht wirklich findet. Und damit ihr jetzt nicht erst nach dem Bahnsteig 9 3 Viertel Ausschau halten müsst, habe ich euch das hier mal aufgemalt. Also ihr habt die Möglichkeit, wenn ihr mit dem Bus kommt, mit der Linie 66, die Teblitzer Straße raufzufahren und dort am Weberplatz auszusteigen. Und dann seht ihr euch gegenüber diesem Eingang und dort geht ihr nach hinten und dann findet ihr das Gebäude linker Hand gegenüber der Turnhalle. Die zweite Möglichkeit besteht darin, wenn ihr mit dem Fahrrad zum Beispiel unterwegs seid oder zu Fuß, dass ihr die August-Bibelstraße hochkommt. Dort ist euer Orientierungspunkt die Zweigbibliothek der SLUB, die Erziehungswissenschaftliche Bibliothek an der August-Bibelstraße. Das ist nämlich dieses Gebäude und ihr geht dann die Treppe hoch, die hier zu sehen ist, geht dann hinter dem Gebäude lang und dort erwartet euch dieser, naja, Containerbau. Und in diesem Containerbau ist unser Tutoriumsraum. Für den Dienstagskurs, der ist wie gesagt etwas außerhalb liegend. Ihr kommt in dem Fall hier, wie ich es hier aufgemalt habe, vom Fritz-Fürster-Platz hoch, also zum Beispiel vom Hörsaal-Zentrum. Und dann ist dieses Gebäude auf der Südhöhe gegenüber der Aral-Tankstelle. Hier mal etwas vergrößert. Die Haltestelle der Linie 66 ist praktischerweise direkt davor. Und wir sind, wenn ich das richtig überschaue, in einem Raum, den ich auch noch nicht kenne, in diesem Gebäude oben rechts. Und werden dort hoffentlich, aber ich gehe davon aus, gute technische Voraussetzungen haben, um den Kurs zu bestreiten. Um eine Sache möchte ich euch noch bitten, nämlich, dass ihr euch einschreibt in den Matrixraum für euren Kurs. Den jeweiligen Link schicke ich per Mail an euch, beziehungsweise habe ich in dem Mail an euch geschickt, aus dem ihr auch diesen Videolink entnommen habt. Nämlich jeweils in die entsprechende Kursgruppe, entweder für Dienstag oder für Mittwoch. Ich habe hier mal die für Dienstag aufgeblendet, aber es gibt natürlich gleichberechtigt auch eine für Mittwoch. Das wird unsere zentrale Kommunikationsplattform im Kurs werden. Das heißt, zwischen den einzelnen Sitzungen werden wir darüber kommunizieren. Ihr könnt dort Fragen stellen oder auch untereinander gern einzelne Diskussionsfäden eröffnen. Im Gegensatz zu Opal besteht hier die Möglichkeit einer ganz guten Interaktion. Opal werde ich weitgehend nur als Datenablage nutzen. Und ich möchte euch noch um eine Sache bitten auf Matrix. Ihr habt dort, wenn ihr links oben auf euer Benutzersymbol klickt und dann unter dem Button alle Einstellungen, die Möglichkeit euren Nutzernamen, euren Anzeigenamen einzugeben. Wenn ihr euch das erste Mal in der Matrix anmeldet, kommt da eine sehr merkwürdige Kombination aus vier Buchstaben und vier Zahlen. Und nun ist es schlechterdings schwierig, immer ABGY4711 anzusprechen. Deshalb möchte ich euch bitten, dass ihr da euren Klarnamen vermerkt. Das war es auch schon an dem, was wir in der Vorbereitung hier großartig besprechen müssen oder was ich euch mitteilen wollte. Wir sehen uns, wie gesagt, zum ersten Termin entweder am 25. oder 26. Oktober. Dort werden wir noch eine ganze Reihe an organisatorischen Dingen, Themen, Fragen klären. Und dann werden wir inhaltlich auch mal schon mit der Semiotik starten. Ihr könnt euch also bis dahin gern Fragen überlegen, wenn Unklarheiten bestehen. Ihr könnt, wenn es in der Zwischenzeit noch zu klärende Punkte gibt, gern und bevorzugt die Matrixgruppe nutzen und dort die entsprechenden Fragen oder Anmerkungen platzieren. Ich bitte diejenigen, die am Kurs teilnehmen wollen, auch zu dieser ersten Sitzung zu erscheinen. Denn es gibt eine ganze Reihe an Leuten, die teilnehmen wollen. Und um diesen Einschreibestatus zu manifestieren, bitte ich euch darum, auch damit wir eine ungefähre Kursgröße haben, damit wir eine Zahl haben, von der wir ausgehen können, bitte ich euch, zu diesem ersten Termin auf jeden Fall zu kommen. Wenn ihr dann mal später zu einer Sitzung nicht kommen könnt, müsst ihr nicht unbedingt eine Entschuldigungs-Mail schreiben. Aber für diese erste Sitzung bitte ich euch um vollständiges Erscheinen. Dann bleibt mir nur noch euch bis dahin alles Gute zu wünschen. einen guten Semester statt und ich freue mich wahnsinnig auf diesen Kurs. Nicht nur, weil er endlich wieder in Präsenz stattfindet. Präsenz habe ich seit zwei Jahren keinen Kurs mehr gegeben, sondern auch, weil ich mich wahnsinnig darauf freue, diese einzelnen Themen mit euch zu besprechen und wie gesagt, sehr gern auch zu diskutieren. In diesem Sinne, bis zur ersten Sitzung. Ich freue mich darauf.